Western Horses TV unterwegs. Wir sind heute in einer Meldestelle. Einige von euch kennen die schon. Und für die, die sie noch nicht kennen, erfahrt ihr gleich mehr darüber. Hallo, Western Horses TV unterwegs. Heute hier Iceberg Ranch Meldestelle. Bisschen noch ungewohnt, weil normalerweise ist noch ein bisschen mehr los. Aber wir haben schon mal hier die zwei wichtigsten Personen von der Meldestelle da. Einmal die Christiane. Genau. Und? Elke. Das ist Elke. Richtig. So, Head of Meldestelle ist? Ja, immer noch ich, Christiane, und ich zähle auf euch. Alles klar. Und Elke macht hier dann die Co-Chefin. Und wer sonst noch mit am Start? Annika ist noch mit dabei. Annika, also alle die Teilnehmer, die schon seit letztem Jahr oder seit ein paar Jahren hier vorbeikommen, eine Meldestelle in Wissendorf, kennen die hier. Ist auf jeden Fall ein super Team. Macht eine Menge Spaß und macht eine Menge Spaß. Spaß und vor allen Dingen? Spaß. Spaß. Das ist das Richtigste. Das Reiten kommt hier auch nicht zu kurz. Also darum geht es ja auch für euch. Auch allein die neuen Disziplinen Ranch Riding. Schon was Genaues, wie die Planung ist für Ranch Riding? Also ich habe alle, der Plan steht im Großen und Ganzen. Ranch Riding wird wahrscheinlich so die letzten Prüfungen vom Tag sein. Okay. Ist ja momentan auch im Internet ein Riesenthema, Ranch Riding auch bei der EWU. Vielleicht berichte ich von Western Houses TV auch noch ein bisschen darüber. Auf jeden Fall wird es hier auf dem AKU-Turnier auch im Angebot sein. Was habt ihr sonst noch im Petto? Die Mannschaft Samstagabend. Mannschaft. Ein Highlight. Definitiv. Kann ich bestätigen. Auch wenn es mal ein bisschen länger dauert. Aber wir haben ja Beleuchtung draußen. Wenn es dunkel wird, machen wir einfach das Licht an. Okay. Dann würde ich sagen, das war es erstmal soweit. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr vorbeikommt. 1. Mai natürlich. Aber ganz dicke im Kalender anstreichen. 3. bis 5. Juli AKU-Turnier hier in Bissendorf. Und wir sagen dann Tschüss und wir sehen uns. Tschüss. Tschau. Tschüss.